Meinen YouTube-Kanal betreibe ich nun seit über 10 Jahren, aber erst Anfang letzten Jahres habe ich den Schritt gewagt, meine Arbeit daran zu monetarisieren. Was dieses Thema angibt, gibt es kaum verlässliche Informationen, gerade was rechtliche und steuerliche Aspekte betrifft, dafür aber umso mehr Halbwissen. Daher möchte ich jetzt, nach dem ersten Jahr, die Gelegenheit nutzen, einen Einblick zu geben und meine Erfahrungen zu teilen. Vielleicht hilft es jemandem, der sich gerade damit befasst. Wenn ihr mit eurem Content beabsichtigt, Gewinn zu erzielen, kommt ihr früher oder später nicht an einer Gewerbeanmeldung vorbei. Ab wann man diese wirklich braucht, ist schrittig, aber aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, damit zu warten. Eine Gewerbeanmeldung kostet euch je nach Gemeinde Edwan & Swanny plus die Zeit, eine DIN A4-Seite auszufüllen. Ich konnte das sogar per E-Mail einschicken, ich weiß aber nicht, ob das jede Gemeinde anbietet. Beachten müsst ihr definitiv nur, dass ihr dann jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben müsst, falls das nicht ohnehin schon der Fall ist. Mein Kanal hatte Anfang des Jahres ca. 1700 Abonnenten, Ende des Jahres kratzt dich an den 2400. Ich kann aber nicht sagen, wie viele dieser Abonnenten aktiv sind, da ich bereits vor dem Soft-Reboot des Kanals 2018 um die 1000 Abonnenten hatte. Einige meiner aktuellen Abonnenten, ob aktiv oder nicht, könnten daher sogar noch aus meiner Let's Play-Zeit stammen. In direkter Verbindung mit meinen Aktivitäten als Content-Creator gibt es nur zwei feste Ausgaben. Zum einen mein Abo für Adobe Premiere, das ich theoretisch zwar auch durch etwas anderes ersetzen könnte, allerdings habe ich zu lange mit Freeware gearbeitet, bei der ich für relativ simple Dinge bereits einen sehr komplizierten Workflow hatte, als dass ich darauf Lust hätte. Zum anderen habe ich mich nach meinen Erfahrungen 2019 und insbesondere 2020 schnell um eine Gewerberechtsschutzversicherung gekümmert. Einmal einen Anwalt auf eigene Kosten beauftragen zu müssen, hat mir wirklich gereicht. Mit diesen beiden Posten komme ich auf ca. 600 Euro Ausgaben im Jahr, wobei man theoretisch auch die Kosten für den Internetanschluss einrechnen könnte. Schauen wir also mal, was wir an Einnahmen haben. Eine offensichtliche Einnahmequelle wäre die YouTube-Monetarisierung, die ich aber bis vor kurzem nicht genutzt habe. Zum einen, weil mein Kanal aufgrund seines Alters unter der Haube wohl so durcheinander ist, dass YouTube auf der einen Seite meint, dass ich diese Option haben sollte, weil ich sie irgendwann mal bekommen habe, auf der anderen Seite die Voraussetzungen zeitweise nicht mehr erfüllte. Zum anderen wurde ich im Mai 2021 auch noch für eines meiner älteren Warframe-Videos verwarnt, weil anscheinend irgendjemand von einem Unexpected-Dschihad-Meme getriggert war und danach hatte ich einige Zeit lang keinen Zugang zur Monetarisierung mehr. Das störte mich aber auch nicht besonders, weil YouTube nicht gerade den Ruf hat, ein verlässlicher Geschäftspartner zu sein. Und ich möchte nicht an einem Punkt ankommen, wo ich meinen Content auf Werbefreundlichkeit ausrichten muss. Abgesehen davon, dass YouTube bis heute dabei versagt, seine Nutzer vor falschen Content-ID-Treffern zu schützen, durch die Einnahmen gerecht gestohlen werden können und ihnen bei deren Anfechtung noch Steine in den Weg legt. Cringe. Eine weitere Möglichkeit wären Sponsorings, aber abgesehen davon, dass mein Kanal dafür nicht groß genug ist, möchte ich kein Preisschild auf meine Stimme oder meinen Ruf setzen. Wenn ich mit Unternehmen oder Entwicklern zusammenarbeiten würde, dürfte dabei kein Machtgefälle entstehen oder meine Meinung auf intransparente Weise beeinflusst werden. Sass. Damit blieben nur zwei Einnahmequellen für mich, Patreon und Twitch. Twitch ist aber dabei komplett um den Content dort gestrickt und ich habe relativ wenig Freiheit, wenn es darum geht, was ich den Abonnenten anbieten kann. In erster Linie bin ich da auf Emotes beschränkt. Twitch nimmt außerdem 50% der Einnahmen. Das würde weniger, wenn ich den Sprung zum Partner schaffen würde, ist aber derzeit nicht realistisch. Im August erhielt ich tatsächlich meine erste Auszahlung von knapp 80€. Am Ende des Jahres lagen nochmal ca. 60$ auf dem Twitch-Account, an die ich aber so noch nicht rankam, weshalb ich sie für 2021 auch noch nicht berücksichtige. Patreon ist im Vergleich sehr frei, da es nicht nur eine Art von Content abdeckt. Deshalb konnte ich dort auch völlig eigene Perks einsetzen, wobei ich auch hier eingeschränkt bin. Ich möchte nicht, dass den Zuschauern, die mich nicht finanziell unterstützen können oder möchten, etwas Wichtiges fehlt. Es kann auch nichts in der Sache sein, wenn ich mehr Zeit mit der Bearbeitung irgendwelcher Belohnungen als mit der Arbeit an meinem eigentlichen Content verbringe. Patreon nimmt auch nur 8% der dort erwirtschafteten Einnahmen. Das könnte sich in Zukunft erhöhen, wäre dann aber auch mit mehr Unterstützung durch die Seite verbunden. Deshalb sind die Patreon-Stufen, die ich analog zu den Twitch-Abos strukturiert habe, auch günstiger. Während Twitch auf eine Art von Content fokussiert ist und deshalb einen relativ einfachen Affiliate-Vertrag anbieten kann, ist Patreon etwas komplizierter. Ihr müsst hier tatsächlich selbst prüfen, welcher Abschnitt des Steuerabkommens zwischen Deutschland und den USA auf euch zutrifft, damit ihr nicht in beiden Ländern Steuern abführen müsst. Aber wenn ihr eine in Deutschland ansässige Privatperson seid, trifft ziemlich sicher irgendwas auf euch zu. Von Patreon aus bekam ich am Ende des Jahres knapp 200 Euro. Geringverdiener. Wenn wir großzügig sind, habe ich also knapp die Hälfte meiner Ausgaben wieder reinbekommen. Was gar nicht mal so schlecht ist, wenn man bedenkt, dass ich nicht wirklich etwas getan habe, was ich nicht sonst auch getan hätte. Ich kann euch sagen, dass der laufende Aufwand, was die Buchführung angeht, in dieser Phase kaum vorhanden ist. Man muss sich dennoch zumindest kurzzeitig mit ein paar Dingen wie eben dem vorhin genannten Steuerabkommen auseinandersetzen. Viel schwieriger fand ich es aber, eine Rechtsschutzversicherung zu finden, die die von mir benötigten Bereiche abdeckt. Vielen Beratern ist die Arbeit als Content-Curator völlig fremd. Am Ende bin ich bei der ARAG gelandet. Im Juni diesen Jahres habe ich mich aber entschieden, die Monetarisierung auf YouTube doch zu nutzen. Mitunter auch, weil YouTube sich ohnehin das Recht vorbehält, Werbung auf jedem Video zu schalten, das hochgeladen wird, aber dann eben alle Einnahmen einbehält. Wenn die Schätzungen auf Social Blade was hergeben, könnte sich der Kanal damit selbst finanzieren. Ich bin gespannt, wohin das führt. Mehr zur YouTube-Monetarisierung und wie sich das auswirkt, kann ich euch dann nächstes Jahr sagen. Mittwoch.